willkommen zurück zu einer weiteren runde fallout 76 so was ist event heißt wir werden jetzt hier unser level ab einmal holen angefangen mit dem wies in der hoffnung dass ich hier vielleicht sogar noch ein bisschen mehr rauskriege aber mal schauen trotzdem mit plastik mitgenommen wenn er mich lässt nehmen werden wir hier alles mal schön weg laser 440 für so einen großen wo ist jetzt gerade der hund teleportiert erschossen habe ich ihn nicht das wüsste ich ich habe keine ahnung das ist mein gettling laser liebe super mutter muss sind ja die fragen beantworten geht ja sonst nicht anders hier schon wieder nachladen meine güte so haben wir uns hinten erstmal jetzt noch die leiche ab das kampfgewehr nehmen wir gleich mit kann man ja immer mal für stahl gut nehmen und hier kriegen wir schon den fusionskern den wir schon verschossen haben ich bin ja in der bagger ich kann ja jetzt gar nicht fliegen jetzt wollte ich darauf fliegen so nächster kopf weniger aber sonst hätte ich auch nicht rennen können hier noch ein vergessen hier wird es mir rot angebracht dadurch schießt da ein bisschen blöd warst du nicht eben anders geschossen ach jetzt hänge ich hier fest wo fängst das team ne das war ein anderer ach einer wieder mit einer schönen position hier zeige ich nochmal fein machst du das dafür darfst du auch den kopf verlieren dann gehen wir gleich gast dass wir hier den rest ganz große erst war wie dann dich passt das reicht nicht ganz springen so und weiter geht's ich kann immer noch hin denn tun wir dies doch geben geschwind einmal gas bis die ap runter geglüht sind vielleicht kriegen wir oben auch wieder ein chip oder irgendwas faultier mäßiges gibt auch wieder kronkorn ja auch weil nämlich auch und es ist der schiebs quatsch ja ich weiß ich ignoriere dich gerade schiebt das ist nicht fair aber ich will erst mal hier die anderen kleinen peoples haben und jetzt können wir erst mal eine runde lasern schmeckt ne immer schön laser ins gesicht da regeneriert er ja kann ich den anderen da hinten schon mal wechseln nie willen nachladen 4 fusions kerne frist und mutanten schi schwert ist okay kann man mit leben für den schredder jetzt kann ich schon nicht mehr wirklich sprinten aber ich könnte red away nehmen ich habe ja sowieso 99 stück jetzt noch weißt du nicht was ich mit so viel red away will aber demnächst können wir die dann einfach schön verkaufen so dann sagen wir hier einmal hallo demnächst demnächst Wollt er wohl nicht. Nein, nein. Ah, jetzt. Okay. Ein Fusionskern verschwendet. Oh, das hört sich gut an. Wo war das hier? Ich höre es, aber ich sehe es nicht. Ist er durch die Explosion sonst wo hingeflogen? War das Problem mit explosiven Waffen. Ach, da oben. Ja. Ab und zu auch mal die Augen aufmachen, würde ich sagen. So, nächste Charisma Wackelpuppe. Gut, dann weiter Richtung Westec. Bin mal gespannt, was die Fabrik jetzt macht. Ob die sich wieder selbst verteidigt. Und selbst befreit. Aber dürfte packen. Verbrannte eine Welle. Und schon Hälfte. Na gut. Das schafft sie glaube ich wohl alleine. oder auch nicht. Na, wo sind die Zecken? Zeckis. Sonst greifen mich hier immer Zecken an und heute mal nicht, oder was? Na gut. Wenn ich will, der hat schon, ne? So, dann gehen wir mal hier weitermachen. Einfach draufhalten. Einfach draufhalten. So, die haben wir schon mal. Rücken wir mal ein Stückchen vor. Ich seh' dich doch. Du brauchst dich nicht schämen, an die Ecke stellen. So, mal kurz nachladen. Okay. Die Munitionsfabrik hat sich doch nicht selbst verteidigt. Die muss wieder beansprucht werden. Na, schauen wir mal. Machen wir jetzt erstmal in Ruhe West-Tech hier fertig. Das passt schon. Oh. Ein Scharfschützengewehr. Hier einfach so rum. Die haben wir alle. Wenn du meinst, dass ich dich da hinten im Lichtschein nicht erkennen. Hast du dich geschnitten? Oh, werden auch immer weniger verbrannte. Gleich verteidigt sie sich doch selbst. Gehen wir jetzt noch einmal hinten rum. Wo ist der Randon-Respawn hier bei West-Tech? Ich vermisse den gerade so ein bisschen. Oh, die wollen wohl heute nicht. Angesagt, ich habe die Tage genug gelevelt. Na. Minigun-Money. Wunderbar. Ob wir hier sowieso heute schon genug rausgepfeffert? Müssen wir jetzt langsam mal wieder sammeln. Death is a preferable alternative to communism. Haut er mir auf die Arme. Das geht ja mal gar nicht. So, dicht da oben noch. Was ist jetzt los? Okay. Da ist mir Fallout komplett abgeschmiert. Das ist auch mal wieder super. Ja, läuft. Würde ich sagen. Das waren dann zu viele Super-Mutanten. Wann macht er mir jetzt hier auf? Warum? Macht er mir das jetzt im Fenstermodus auf? Fenstermodus erkennt er aber nicht. Eingestellt ist er auch auf randloses... Aha. Okay, dann muss ich halt noch mal beenden. Irgendwas stimmt hier schon wieder gar nicht. Das läuft ja wieder. Primissimo. Na, mal gucken. Jetzt hat er es aber auch wieder richtig. Hä? Keine Ahnung, was da los ist. Na, jetzt greift es auch wieder. Na, fängt er mit guten technischen Schwierigkeiten jetzt hier an. Ich bin mal gespannt, wo ich jetzt rauskomme. So. Und im Team. Ob ich jetzt noch wieder einen Respawn habe? Nochmal einmal außen rumlaufen. Mal gucken. Schlecht wäre es nicht für die EP. Muss bloß aufpassen, nicht dass ich jetzt einmal zwischendrin gestorben bin. Na? Ah, er lädt sich schon wieder tot hier. Schlimm. Gehe ich jetzt wieder raus? Das hatte ich ja schon lange nicht mehr. Ah, ne. Doch nicht. Er hat bloß wieder mal ein bisschen gebraucht. Wo hat er mich jetzt rausgeschmissen? Hoppala. Ach, hier vorne. Okay. So früh schon. Dann gucken wir gleich mal nach. Haben wir Schrott noch drin? Heyo. Heiß gestorben bin ich nicht. Ganz, ganz merkwürdig. Aber jetzt habe ich hier auch die Zecken, die mich angehalten hat. Von amerikanischem Soil. Lethal force engaged. Na gut, dann laufen wir mal wieder zurück Richtung Westeck. Ah. Komische Zecken. Ja, ich habe noch mal einen Respawn. Sogar mit drei Sterne direkt vor der Tür. Das ist ja schon wieder zu schade, das Ganze rauszuschneiden. Sonst glaubt mir das noch keiner. So, Hamdokul möchte auch verteidigt werden. Irgendwas wird doch hier gedreht. So, Chameleon Holz. Hm, ne. Auch er war für einen Schredder. So, wieder alles da. Schnieke. Können wir noch eine Runde drehen. Oh, hier noch ein legendärer Hund. Was hat der? Das Mutanten töte das Kultisten-Golch. So, dich da hinten noch weglasern. Eigentlich hätten sie mir hier rausschmeißen können, wenn ich drin gewesen wäre. Oh. Und sterblicher Buddy mal wieder. Dein Ohr ist so ein bisschen schwarz gebrannt. Oh, das Ding lebt auch. Okay, gut. Ist aber auch unkaputtbar. Na gut. Kraftwerk Momonga möchte auch verteidigt werden. Ey, 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 ey. Da will ich mir bestimmt gleich alles wiederholen. Ja, mal gucken. Das ist eine Smile-Nurks in Hemlock. Und in Momonga... ...Guhle. Aber witt. Hier hinten, die sind noch tot. Oh, Schweinerei. So, der liegt auch tot rum. Den da oben hab ich noch erwischt. Ist aber nackig. Und von dem Haufen krieg ich nichts. Ah, Schweinerei. So, dann nennen wir uns das Geschütz noch mit und dann gehen wir hinten rum rein. So, dann nackig. Was, Monster? Verspürt, zum Glück kein Mensch. Nicht fährt. Oh. Gatling Laser geht bald in den Eimer. Doch. Okay, da ist er kaputt. Mensch, Hund. Nicht weiter hochschieben. Komm, ihr gesteckt. Da müssen wir halt gleich auf Stimpix umgreifen. Schau mal, wo kommt ihr denn jetzt auf einmal alle her? Schlimm mit euch. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal durch looten. Na, hier nochmal. Irgendwo haben wir hier noch einen. Hier ist er nicht. Das ist bestimmt da oben, ja. Dann gehen wir den da oben nochmal holen. Machen wir schon mal Licht an. So. Mhm. Einmal schnell durchgebrezelt hier. So, diesmal haben wir wieder unglaubliche Geschichten. Fünf. Ah, diesmal habe ich das Heft auch besser gesehen. Hier ist auch keiner mehr. Nehmen wir uns hier noch alles mit. So, und euch da oben machen wir jetzt mal alles. Demokrasie ist non-reduciable. So, der Leer. Jetzt wollte ich gerade sagen, jetzt fängt das schon wieder an. Das war nur ein Witz, dass ich nochmal rausfliegen wollte. Demokrasie ist non-reduciable. Voll gegen den Respawn hier drinnen hätte ich jetzt auch nichts. Aber dann will ich erst fertig werden. Ja, bellen, beißen und alles gleichzeitig machen. Ja, ja. Das sind die Super-Mutanten-Honda. Oh, doch. Ich komme gleich wieder. Ich habe euch beinahe vergessen. Ach, du dich zu viel bewegen. Ich mich zu viel bewegen. Okay. So, die Planker mal auf. Hier bin ich. Guck, guck. Gut, da können wir auch von hier aus reingehen. Ist eigentlich wurscht. Wichtig ist, dass wir hier nur wieder rausgehen. So. Doch. Next. Next. Na, haben wir schon alle nicht. Schmeißt ihr denn eure Granaten hin? Jedenfalls da, wo sie nicht hingehören, wa? Demokrasie ist non-reduciable. Na, irgendwo. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Hier oben. Ah, hier oben. Das geht immer so schön schnell. Ne? Das war's wohl. Können wir jetzt erstmal roll looten. Aber einer flitzt hier noch rum. Das habe ich gehört. Einer stampft hier noch. Aha. Verstecken ist hier heute nicht. So, Minigun mitnehmen. Pömpel. Der wichtige Pömpel. Runde rum. Hier haben wir noch Planke und lose Schrauben. Ich glaube, das war's jetzt auch. Alle, alle. Vestek leer. Beenden sie uns in einer halben Stunde wieder. Okay. Jetzt. Gehen wir jetzt noch zu einer nationalen Funkanlage. Damit wir die Runde dann jetzt auch offiziell beendet haben. Oh, uh, Hahnrausch. Na? Fliegen. Hunger. Victory. Is assured. Das muss man gesehen haben. Das kann man sehen. Der war gut. Hauptsache, er probiert nochmal seine Suppe. Oh, nee. Jetzt habe ich Piepen in den Augen. Ich weiß schon, warum ich die Super Mutanten cool finde. Oh, nee. Da denkt man, das ist der Bugtypi. Dabei ist er jetzt endlich fertig geladen. Oh, Mann. Oh, Mann. Na, dann drücken wir uns jetzt nochmal ein Stampback. Und machen jetzt hier mal den Rest fertig. Jetzt wollte ich schon gerade reingehen. Jetzt hätte ich die Beine übersehen, Kollege. So, nächster, bitte. So, Frau, wie nicht vergessen. Du mich fressen. So, wie der Suppen, äh, Mutant, ja? Oh, nee. Herrlich. Mit einem Raketenwerfer hier drin. Du spinnst, jawohl. Na, Miluks haben alles überrannt. Die Kakerlaken. Moment. Ist das richtig gehört? Oder war das jetzt nur ein Fake? Wird gerade meinen. Hier ist auch gar keine Wackelpuppe. Oder ist hier das Heft da? Woher doch die Kakerlaken machen. Nee, ich hab mich nur verhört. So, dann jetzt einmal noch hoch hier. Moment. Wo war'n' das hier? Ich hör's, aber ich seh's wieder nicht. Ist doch unten gewesen. Ganz unten. Na, jetzt hört's sich wieder nach oben an. Na gut. Wir haben sowieso schon fast Überlänge. Jetzt muss ich mal auf ein Heft verzichten. Oder auf eine Puppe. Nächstes Mal wieder. Jetzt wollen wir hier die Runde auch abschließen. Dann hatte ich mich ja unten doch nicht verhört. Na gut. Waren wir ja jetzt hier noch die fünf letzten Regner hier. Komm her, das Target acquired. Na, 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 na. Den Ghoul wollte ich noch haben. Jedenfalls seine EP. Ich will ja nicht nach hinten laufen. Ich soll tanzen. Tanz vor mir. Na, fast. Fast, fast, fast. Schwierig, 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 schwierig. Jetzt bin ich gerade einmal überlegen. Ne, aber ich müsste noch einmal komplett voll leer machen. Fürs letzte Level. Weil ich stehe ja kurz davor. Jetzt habe ich gerade überlegt, ob wir jetzt noch die Verteidigung durchziehen. Dann müssten wir Level abhaben. Aber es dürfte vielleicht nicht ganz reichen. Gut. Aber ich muss jetzt hier sowieso erstmal nochmal kaputt machen. Heißt, ich werde das jetzt doch nochmal splitten. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Also, schaltet wieder ein und bis denn.